Herzlich Willkommen auf meinem Kanal von justinplayback und heute machen wir springenvideos seit langem und wir fangen direkt mal an mit der Musik hier ähm alles vom Battle Pass. Jo ich habe da keins gekauft dann Ladebücher halt vom Battle Pass. Hier Tarnung, das habe ich gekauft ähm für 600 B-Bucks oder 800 Kana. Die ist episch. Ähm ich kenne mich da nicht so gut aus aber ich habe auf jeden Fall manche gekauft. Auch vom Standard Paket die hier. Jo. Ähm was ihr noch sagen wollt lasst gerne ein Abo und bleibt da. Jo. So. Kommen wir zu den Tänzen. Aber der Roboter ist sehr selten. Wurm sind zwei. Marsch, Schmello Tanz. Richtig geil der Tanz. Feig. Pumpernickel, Wackel, Zahnseil ist sehr selten. Ja geht so aber schon selten. Von der Blingarella der Tanz. Kuch-Chermi. Feefeuer oder so. Das ist tof. Da steht nie wie das heißt ja. Schau wenn ich da drauf gehe. Na jetzt. Flamingo. Ähm jetzt steht es wieder nicht da. Ja moin. Leute ich sorry ich kann es euch nicht sagen weil der Tanz steht da nicht ja. Ja moin. Ey ich würde es einfach so weiter scrollen. So hier Tomate aus dem Battle Pass. Breakdowns in 5. Manche weiß noch auswendig. Aber selten da musste man eine Herausforderung machen. Anhalter aus von selten. Füße. Beste Krummel Season 3. Das ist eigentlich ganz cool weil es limitiert ist. so. Endlos war es. Drachengehaltung. Konga. Rumbastik. Hier dann noch paar Kackerschritt. Gut. 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 Hot-Nut. Hype. Aufbauen. Marshmallow. Da musste man eine Herausforderung machen. Und es ändert sich immer. katzen rat bekommt man hier in der season wenn man irgendein level 50 so ungefähr weiß niemand genau passieren das ist sehr der erst so gar das sind drei von der rät sind zwei popcorn von dieser season dann auch hier so ein spielzeug schimmer alles anders dauer ich wisst ihr teil von die kinder tanz volksfest musik ablachen und der season vorletzten season dann hier noch aus der selten von dem event marvel event habe ich auch gekauft so noch hier paar 200 hier ja hier sind noch paar der t-pose jetzt kommen wir zu den konten streifen das war ja meist näher ist richtig geil ich lass einfach jetzt durchlaufen so Sorry, wenn ich mir mal was hier verspreche, weil, schau, wenn man hier durchgeht, stehen manchmal die Wörter unten nicht, wie beim Tanzborn, ja, um Limit, Season 3, Season 2 ist der selten, dann, das konnte man schenken, ähm, das ist, ich weiß gerade nicht genau von, vorletzten Season, denke ich, da, wenn man Sieg hat, kriegt man so einen Regenschirm, Hängeleiter, äh, ja, vom Standard-Paket, von diesem Lava, dann von Marvel, konnte man kostenlos verschalten, das habe ich einfach bekommen, keine Ahnung, ich war auch nicht bei einem Live-Aven dabei, äh, es war einfach geil, ja, Epic Games gönnt mir, so, ich lasse nochmal weiterlaufen. Aber ich spiele immer meistens die Hackett, Leute, weil die sind besser, die sind nicht so groß, finde ich auch irgendwie besser. Außer selten. Das hat mein Freund aus Versehen gekauft, aber das ist eben nicht so selten. Außer selten von Season 2, von, blauen Knappen. Ja, auch Season 2, von der World Return. Hier sind noch die Siegels, Hängeleiter. Ah, der ist auch nice. Der ist, denke ich, von Season 2, würde ich mich nicht täuschen. Also, jetzt kommen wir zu den Pick-Achsen, wird schon interessanter. Hier die Donner raus, Senses, mega geil. Diese Eich, zack, die macht so lecker, wundere ich, ja. Jetzt kommen wir schon zu den Backpacks, jetzt wird es sehr interessant. Jetzt gehen wir rein. Hier vom Stunner-Paket auch schon zelten geworden. Hier vom Stunner-Paket auch schon zelten. Hier vom Stunner-Paket auch schon zelten « civil zu verändern». Ich bin schon zelten geworden. Oh, und heute bin ich, was auch schon zelten geworden. Hier vom Stunner, wundere ich mich nicht täuschen. Jetzt gehen wir uns vor eine Zeit, was wir schauen. Hier vom Stunner-Paket auch schon mal viel Platz, was wirranten? Ja, das ist nicht so gut. Da ist auch schon mal immer mehr Platz. Ja, das ist gut. So Leute, jetzt wisst ihr schon, was ich so die Hälfte von den Skins habe. Ähm, jetzt kommen wir zu den Skins. Macht euch gefasst. Nochmal auf den Like-Button kurz drücken. Zwei Sekunden habt ihr Zeit. Eins, zwei. Und jetzt, let's go. Ich fange auch schnell unten an. So, kackt das raus. Oh, da ist es. Okay. Hier. Ah, die, die fahre ich mega. Sehr selten, sind drei. Ah, irgendwie, wenn das jemand spielt, sind es voll die Noobs, ja. Nichts gegen Captain Lomans, ich fahre die mega eigentlich. Aber, wenn irgendeiner das spielt, sind die irgendwie schlecht, keine Ahnung. Das war euch auch so? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und schreibt mal, Leute, wie viel mein Account gekostet hat in die Kommentare. Also, ratet mal, ob er es Account selten ist oder nicht. Oder, ob es geht. Oder, wie viel würdet ihr den Account kaufen? Leider habe ich nicht den Schwarzen Ritter. Leider. Ich wusste da noch nichts. Ich wusste nicht, ich war richtig January. So Leute, das war auch mit dem Video, hier nochmal der Item Shop, lasst gerne ein Like und ein Abo da und können sie auf jeden Fall teilen, wenn ihr wollt und wenn ihr das Video bis zum Ende schaut, schreibt Hashtag JustGameplay, dann weiß ich, dass ihr das Video bis zum Ende schaut euch seit dann richtige Ärmänner. Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.